und willkommen zurück zu einer runde hero heute mal im hellen raum und mit der rolllade hinten mal hochgezogen schreibt mal rein und meinen meinen ich habe kein schwarzes shirt an schreibt mal rein wie ihr das hier findet so und sommer und ungespielt sind darauf die stream gerade allerdings habe ich nicht unbedingt lust gegen mich die jetzt anzugreifen weil da weinen die wahrscheinlich immer ich hatte ja den turm gefunden hallo na ihr streamer krass ich bin jetzt immer noch da mit dem viech da drauf heft ach genau jetzt weiß wieder wo ich war jetzt weiß ich wieder wo ich war krieg dich ist das dein ernst wir sind hier denn und dann kommt drauf tot aber blöd so ein bisschen dumm also jetzt sehr zwei gerade vor dem ernst ohne das voll voll scheiße gerade dann kommen wir davon irgendwann eine spinne und und von oben jetzt und wo oder so blöd nicht im wasser drin wenn du beschissener spornal du jetzt sogar schaden bekommen also diese monstern jetzt gerade sind die regen mich gerade tierisch auf ohne witz die regen mich gerade so weit von auf die regen mich hier weißt du die machen dann mal schaden und mucken hier vor ah dankeschön ist klar er ist klar ich weiß doch gar nicht warum ich hier reingehe jetzt im ernst hier ist schon mal nix gehen wir weiter runter ich würde sagen wir gehen jetzt einfach weiter runter das ist aber eine geile mob war mir jetzt beim ernst jetzt beim ernst das ist immer ein piech gelandet und ja genau wie wir sind der akku zu mir guckt man das wäre awesome dann könnte ich mich zurück porten ok 700 keine schade einfach mal kaputt schlagen das ding achso warte ich bin jetzt in der vorletzten etage weil äh wo ist das ein geiler tower ey wo hat sich der gelohnt geil bis auf aufregen war ja nix drin nee dann geh ich mal wieder hoch ich glaub das nicht ne ich suche überall simon ok ich habe überall gesucht aber hier sind noch das gegner in den höhlen in den höhlen höhlen im neta gibt sie so und das wäre dann oh ja genau ich wollte mich disconnecten um nach hause zu kommen coole idee peter grüne pilze und ich bin wieder zu hause ah ja hier ist mein blut alter äh ah ja warte meine meine tasche muss ich mal im leer machen ok hier ist wieder einer gestorben glaube ich oder hat einer nur gefarmt kann natürlich auch sein holztür ich muss mal ganz kurz die einsucht hier müsste eigentlich schnell gehen pisten und biomasse züchten man was denn sonst simon was los so voll so voll fertig ja diamanten essenzen uh gold weg mit dem bärenhose weg ja komm das glaive kann auch weg die gleive ich habe das gefühl dass die zum ende ihres streams vielleicht noch mal ein bisschen action machen wollen die gleich vorbeikommen kann ich mir so vorstellen ah ja soll ich jetzt hier rein oder soll ich soll ich soll ich soll ich ah ja warte ich kann blut noch mehr auf das schwert machen blood ich meine klar die biomasse soll nicht so gut sein aber ich finde die irgendwie trotzdem cool und deswegen würde ich das ganz gerne rippe kostet ne warte bloodletting so ich geh jetzt mal in das hauptschloss hier in das haupttor rein Ja, okay, ich warte mal, bis ich durch bin. Ey, mein Gott. Oh. War klar, warte mal kurz. Ich muss mal kurz den Stab hier umtauschen. Ich muss mal ganz kurz hier wegfliegen und was essen. So. Das ist aber eine kurze Folge, ey, mein Gott. Oh mein Gott. Sieh mal, blutet, sieh mal, blutet. Ich treffe den noch niemals. Alter. Ich brenne die ganze Zeit. Die Flieche war ein bisschen rum. Ich muss mal regenerieren. Gucken, wer mehr stehbar hat. Wo ich sage auch noch auf jeden Fall da, aber ich wusste, dass der kommt. So zum Abschluss. Regenerier mal eben. Ich bin hier in dem Nachhause, ey, ohne Scheiß. So. Wie lange braucht er denn zu regenerieren, dass er voll blöd. Los, regenerier dich. Ich weiß, ein bisschen Pussyhafen jetzt hier zu verstecken. Wo ist der denn hin? Oh, Neta-Warzen. Geil. Ich bin irgendwo in dieser Burg. Aber gleich voll auf jeden Fall. Kleingrüne Pilze, sagt er. War das nur eine Falle oder wollte... Oder was war da los? So, locken wir den mal hier rein. Hier kommen die Pfeile raus, Simon. Ach man, hier ist ja keiner mehr jetzt. Ich bin regeneriert. Hier ist nicht zufällig meine Burg, ne? Ne, da ist die Burg. Hä? Ach so, okay, ich höre schon. Bin in der Neta. Meta-Festung. Da, wo du mich verloren hast. Oh, Spawner. Wo ist er denn? Warte, grüne Pilze. Hm. Tada! Koordinaten sind... 48158 minus 846 Oh mein Gott So Ich hoffe das klappt Ich hoffe das klappt Ah schön Oh jetzt wird es spannend Jetzt kommen die Weide Geil Nein In dem Gang bin ich Und Und Kommen die rein Kommen die rein Fuck Scheiße Kommt schon Werde ich noch Ich bin leicht down Ich bin leicht down So geht doch Geht doch Oh fuck Oh krass Oh ich kann nicht mal schreiben Schade Oh ich wollte ja eigentlich in das Portal locken Aber egal die Folge war trotzdem passend Schade Ich glaube die Leute haben gesehen was ich vor hatte Ich wollte eigentlich dieses Rift Portal aufmachen und den da durchschlagen Ich bin nur dummerweise immer selber da reingelaufen War trotzdem irgendwie witzig Er hat jetzt glaube ich nachher nur noch vier Energie oder sowas Hätte ich mal von Anfang an drauf geschlagen und hätte ich mit meinem Schwerter hin und her gehampelt wäre es vielleicht gut geworden Aber so war es jetzt leider nichts Weil wenn man überlegt beide gegeneinander Ich hatte 40 AP Ich hatte weniger Wäre es natürlich cool geworden Aber gut Ich habe mich besiegt Kann man nichts machen Und deswegen würde ich sagen Bis zum nächsten Part Der ist nicht in meinen Rift gelaufen Tschüss